Übergewicht hängt nur mit dem zusammen, was wir uns zwischen die Zähne schieben. Nur das, was wir regelmäßig essen, ist in der Tat nur für unser Übergewicht zuständig. Ist das wirklich richtig so? Oder ist Essen nichts anderes wie ein Symptom? Warum? Also ich bin mir zu 100% sicher, dass bestimmt 95% aller Menschen wissen, wenn sie Dinge essen, ob die langfristig gesund sind, ob die auf ihr Gesundheitskonto einzahlen oder nicht. Da bin ich mir 100% sicher. Und somit ist die Frage, ist es wirklich rein das, was wir essen, ist das dafür verantwortlich, dass wir übergewichtig werden, dass unsere Gesundheit leidet? Ist es tatsächlich nur das, was uns herliegt und was wir dann essen? Essen ist in vielen Fällen nichts anderes wie ein Symptom. Und was ist jetzt die Ursache? Was ist die Ursache, wenn wir ständig Dinge essen, die für uns nicht gesund sind und wir ganz genau wissen, dass diese Dinge uns nicht gut tun, dass die Dinge für unsere Gesundheit nicht förderlich sind? Warum tun wir uns trotzdem? Was ist der Auslöser, dass wir trotzdem Dinge essen, die nicht für unsere Gesundheit da sind? Das ist die spannende große Frage. Und wenn ich jetzt die letzten über 30 Jahre wie passieren lasse, dann stelle ich fest, dass ein großer Anteil aller Menschen, die ich bis jetzt betreut habe, also ich würde sagen 85% bestimmt, sind sogenannte Stressesser, Frustesser, ja, Stressesser, Frustesser, Belohnungsesser. Das gehört auch noch dazu. Und ja, jetzt ist die große Frage, was nützt es zu wissen, was man isst, was gesund ist, was wichtig ist, wenn letztendlich der Auslöser, die Ursache für das Essverhalten Emotionen sind? Wenn meine Psyche dafür zuständig ist, mir Signale zu geben, was ich essen soll? Belohnungsesser, weil ich immer dann, wenn ich einen Tag hinter mich gebracht habe und habe zu mir selbst gesagt, du hast heute besonders wertvolle Arbeit geliefert, du warst heute besonders gut, dann gibt es eine Belohnung. Und zwar, ja, natürlich erstmal viel und dann natürlich meistens Dinge, die sehr energetisch lastig sind, sehr kohledratlastig, sehr zuckerlastig, sehr fettlastig. Das ist meine Belohnungsmuster. Tja, was nutzt mir jetzt in diesem Moment ein Ernährungsplan, wo genau draufsteht, was ich essen soll? Oder Ernährungsvorschläge, wo ich ganz genau weiß, was soll ich zum Frühstück essen, was soll ich zum Mittagessen, was soll ich zum Abendessen? Was nützt das alles, wenn letztendlich mein Verhaltensmuster, dein Verhaltensmuster, sich noch gar nicht geändert hat oder sich nicht verändert, weil uns das gar nicht bewusst ist, warum wir überhaupt essen? Ja, viele denken ja, ich esse, weil ich Hunger habe. Wenn man 20, 25 Kilo Übergewicht hat, selbst bei 10 Kilo Übergewicht, hätte man ja Reserven, die einen vom Verhungern schützen. Ist es dann immer Hunger, warum wir essen? Oder ist es tatsächlich nichts anderes wie eine Routine? Das Belohnungsverhalten ist auch eine Routine. Nach Stress die Auswirkung, Stress zu kompensieren und dann was zu essen, um dadurch eine Belohnung zu erhalten, weil dadurch gewisse Hormonsekretionen entstehen, weil der Körper dadurch über süße Sachen Dopamin produziert, weil wir uns danach wohlfühlen und dadurch Serotonin, produzieren, weil wir dieses Essen, was wir dann essen, verknüpfen mit unserer Kindheit, wo wir über Süßigkeiten, über leckeres Essen belohnt wurden. Das sind spannende Fragen und diese Fragen gilt es zu klären. Denn wenn diese Fragen nicht geklärt werden und man nur am Symptom arbeitet und sagt, Ah ja, okay, ich ersetze jetzt die Spaghetti mit Hackfleisch, mit fettem Hackfleisch und mit einer fetten Soße ersetze ich jetzt durch Vollkornspaghetti mit Gemüse und mit einem kleinen Fleischanteil mit wenig Soße. Oder ich ersetze das Weißbrot durch ein Vollkornbrot oder ich ersetze die Cornflakes morgens durch ein Omelette. Wenn man nur diesen Switch hat und ungesunde Sachen gegen gesunde Sachen austauscht, dann ist es ein kleiner Schritt und zwar der kleinste Schritt. Denn solange das Verhaltensmuster, unser Verhaltensmuster das gleiche bleibt, wird sich am Essverhalten nur vorübergehend was ändern. Und genau das ist das, warum viele Menschen nach einer gewissen Zeit wieder in das alte Verhaltensmuster, des alten Essverhaltens zurückverfällt. In alte Routinen. Weil diese Routinen sind so mächtig, so stark, weil letztendlich die Ursache für diese Verhaltensmuster nicht geklärt sind. Weil den Menschen jetzt nicht klar ist, warum sie dieses Verhaltensmuster haben. Warum sie emotionale Esser sind. Warum sie Stressesser sind. Warum sie Belohnungsesser sind. Und genau das gilt es immer zu klären. Und wenn das geklärt ist, dann ist der erste Schritt in die richtige Richtung getan. Ja, ich habe natürlich in den letzten über 30 Jahren von den Coaches ist der größte Anteil übergewichtig gewesen. Und da war es in der Tat so, erst nachdem das geklärt wurde, nachdem man diese Ursachen geklärt hat, warum isst du ständig was zwischendurch? Ist es wirklich an deinem Hunger? Ist es wirklich darum, weil du verhungern musst? Aber du hast doch genügend Fettreserven. Du musst doch gar nicht verhungern. Ah, okay. Ich belohne mich ständig. Ich suche ständig nach einer oralen Ablenkung. Und ständig dieses Belohnungsmuster. Ich esse was Süßes. Der Körper produziert Dopamin. Einmal, weil zugelassenen Sachen sind mit dem Dopaminspiegel verbunden. Und zweitens haben wir das Belohnungsgefühl im Kopf, was wir kennen noch von der Kindheit. Ich belohne mich. Ich habe was Gutes gemacht. Dann hast du auch was Gutes verdient. Und erst nachdem diese Dinge geklärt wurden, genauso wie meinen Coaches, wenn sie Stressesser sind, erst mal klären, warum sind sie eigentlich gestresst? Ist es überhaupt erlaubt, so gestresst zu sein? Oder macht man sich den Stress selber? Und dann hat sich ganz oft herausgestellt, dass viele dieser Coaches, meiner Kunden, haben diesen Stress selbst produziert. Und haben darauf reagiert durch einen Automatismus. Gestresst essen, gestresst trinken, gestresst Süßigkeiten essen, gestresst viel essen, gestresst rauchen. Und erst nachdem das geklärt wurde, ob der Stress überhaupt in diesem Ausmaße erlaubt ist, das heißt, produziere ich diesen Stress selber, bin ich selbst über meine Denkvorgänge dafür verantwortlich, dass ich mich gestresst fühle, sind die Erwartungshaltungen, die ich habe, die Forderungen, die ich habe an mein Umfeld, an meine Mitbürger, an meine Freunde, an meine Kunden, an meine Mitmenschen, die um mich herum sind, an meine Familie. Sind die überhaupt gerechtfertigt, diese Forderungen? Und diese Forderungen führen zum Stress? Ach so, weil ich ständig Forderungen habe, wie Menschen sich verhalten sollen, entsteht in mir Stress. Und durch diesen Stress, durch diese Forderungen, die für mich nicht erfüllt werden, die dann in Stress resultieren, weil ich verzweifelt bin, weil ich es nicht verstehen kann, führen letztendlich wieder zum falschen Essverhalten. Genau das sind die Game Changer. Exakt das sind die Game Changer, herauszufinden die Ursache fürs Essverhalten. Denn nochmal, zu 100% bin ich mir sicher, dass den wenigsten Menschen es nicht klar ist, dass das, was sie gerade essen, den Fastfood, die Süßigkeiten, den Braten mit viel zu viel Soße, danach noch zwei, drei Gläser Wein, das Cola zwischendurch, das Eis, den Kuchen, die zweite Pizza, die große Portion Pommes mit Mayo. Das ist diesen Menschen 100% bewusst, dass es nicht gut ist für sie, dass es nicht förderlich ist für sie. Nichtsdestotrotz wird es gegessen. Wohlwissentlich. Was dann passiert? Und da ist genau der Game Changer herauszufinden, warum ist es so? Warum bin ich Belohnungsesser? Warum bin ich ein Stressesser? Warum bin ich ein emotionaler Esser? Warum ist es bei mir immer so, dass wenn ich emotional auf der Achterbahn gerade fahre, warum brauche ich dann danach immer Süßigkeiten? Was passiert einem im Gehirn? Und das ist eine super interessante Thematik, was natürlich auch viel mit Hormonen zu tun hat, mit Stresshormonen zum Beispiel. Überlegt mal, ihr seid gestresst, was ist Stress überhaupt? Stress ist für den Körper eine Herausforderung. Das sind kleine Notzustände. Gehen wir mal in den Urzeitmenschen. Und der Urzeitmenschen hatte wirklich Stress, echten Stress. Indem der Säbelzahntiger ums Eck rumkam und erst mal gebrüllt hat, dann war Alarm da. Die Nebennierenrinde hat gesagt, so, jetzt müssen wir besonders schnell sein. So, jetzt müssen wir besonders gut hören, gut riechen, gut sehen. Denn der Feind ist da. Fight or flight. Die Situation war echt unehrlich. Nur wir produzieren heute ganz oft Situationen, die diesem Notzustand ähneln in unserem Kopf. Und somit haben wir die Verknüpfung, dass hier Hormone produziert werden. Und dann entsteht Unterzucker. Weil der Körper extrem viel Energie braucht. Ständig viel Energie braucht. Und zwar zuckerhaltige Energie. Weil dieser hohe Adrenalinspiegel in Kombination mit Cortisol zieht Energie. Und zwar Zuckerenergie. Also sinkt unser Blutzucker schon im Gehirn. Jetzt haben wir ständig diese Alarmsituation. Weil wir ständig Stress haben. Weil wir uns ständig Stress machen. Weil wir Perfektionist sind. Weil wir Riesenforderungen haben an unser Umfeld, die nicht erfüllt werden. Weil wir Riesenforderungen haben an uns. Der Perfektionist zum Beispiel. Der hat eine Riesenanforderung an sich selber. Der stellt sich selber unter Druck. Wenn das nicht perfekt abgeliefert, ist es nicht gut genug. Und in dem Moment sind wir ständig in diesem Alarmzustand. Und genau das ist ein ganz großer Faktor bei vielen Essern Stresszustände. Dann dieses Verhaltensmusterbelohnung. Ich habe heute von 7 Uhr bis um 18 Uhr gearbeitet. Ich habe echt viele tolle Sachen gemacht. Ich war beruflich erfolgreich. Heute Abend muss ich mir mal eine halbe Fasche Wein reinlöten. Ich brauche heute Abend eine schöne Lasagne. Danach brauche ich noch einen Nachtisch. Und das macht man dann ständig. Weil wir natürlich auch ein Stück weit die Sucht haben zu diesen Hormonen, die uns befinden, die uns gut tun. Dopamin, Serotonin. Was natürlich immer mit Essen verknüpft ist. Mit so einer Art von Essen. Und somit ist man irgendwann in diesem Verhaltensmuster, sich ständig zu belohnen, ständig Stress zu kompensieren, ständig die Emotionen über Essen zu befriedigen. Genau das ist das, was es gilt rauszuwenden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass langfristig das Ernährungsverhalten gesund ist und bleibt, riesengroß. Und genau das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Macht euch mal bitte Gedanken darüber, warum esst ihr ständig Dinge, die nicht gesund sind? Warum? Wie sind die 10, 15, 20, 25 Kilo Übergewicht zustande gekommen? Warum bewegt ihr euch nicht mehr so gerne? Warum habt ihr keine Lust, euch zu bewegen? Warum seid ihr ständig müde? Warum seid ihr ständig ausgelaugt? Das sind die Fragen, die es zu klären gilt. Und wenn die geklärt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in einem gesunden Lifestyle langfristig Erfolg habt, um 100% höher. Garantiert, genau das ist eure Aufgabe, das rauszufinden. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, muss ich das selbst rausfinden? Warum soll ich selbst daran arbeiten? Ich habe viel zu viel Arbeit, da bleibt nicht mehr viel Zeit, ob ich kann mich jetzt nicht über 10 Bücher und über 5 Weiterbildungen mir das ganze Wissen aneignen, um dann letztendlich mir selbst zu helfen. Kannst du mir in meine Werkzeugkiste neue Werkzeuge reinlegen, die mir helfen, bei meinem Verhalten Lösungen zu finden? Ja, ein eindeutiges Ja, das kann ich. Und zwar hast du jetzt die Chance, in den Bemerkungen findest du den Zugang zu meiner Page www.andreas-trienbacher.com Und da gehst du rein und tragst jetzt deinen ersten kostenfreien, unverbindlichen Beratungstermin ein. Und dann haben wir ein kürzeres Vergnügen, uns zu unterhalten über dein Verhaltensmuster. Und wir werden dann gemeinsam eine Strategie finden, wie wir dein Verhaltensmuster so ändern, dass du so ein Werkzeug bekommst, dass du jederzeit, zu jeder Situation in die Werkzeugkiste greifen kannst, dein Werkzeug rausholen kannst und auf dich selbst reagieren. Dass du dein Coach wirst, dein eigener Coach wirst. Darum geht es. Das ist mein Anliegen, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet wie du, dass ich dann aus dir dein eigener Coach mache. Dass du weißt, in welcher Situation soll dich wie denken und wie reagieren, sodass du nicht wieder ins alte Verhaltensmuster zurückverfällst. So, jetzt bist du dran. Einmal bitte eintragen und dann haben wir ein kürzes Vergnügen miteinander. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Spaß bei allem, was du tust und vor allem viel Gesundheit. Mach's gut, bis bald. Und dann bitte